Für die meisten Leute verläuft das Leben so. Sie gehen von einem Punkt A zu einem Punkt B. Gut, aber für mich ist es anders. Ich habe ein Problem mit Punkt B. Komisch, dass du das Leben so kompliziert findest. Ich bin in New York, um bei meinen Kindern zu sein, die ich mit einer Engländerin habe, mit der ich zehn Jahre in England und Paris gelebt habe. Ich habe ein Kind mit zwei Lesben und ich habe eine Chinesin geheiratet, um Amerikaner zu werden. Und das Leben soll nicht kompliziert sein? Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020